Die wichtigsten Metaverse, Krypto und NFT-News, kurz zusammengepackt, montags bis freitags, in Podcast-Format. Viel Spaß, los geht's! Es ist Montag, der 5. September und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. Zum Start in die 36. Kalenderwoche gibt es Nachrichten zu den Fußballverbänden UEFA und FIFA, die im Clinch mit Krypto.com stehen. Ticketmaster und Flow stellen ein neues NFT-Programm vor. Es gibt News zu LGU Plus und der Music-Band Muse. Und bevor wir uns den aktuellen Chart der Kryptokurse anschauen und die Flurpreise auf OpenSea, erfahrt ihr von dem Twitter-Skandal der D-Gods und den Metaverse-Plan von Hermes. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Starten wir in die neue Woche mit einem wahren Paukenschlag, denn die Partnerschaft zwischen dem Fußballverband UEFA und der Kryptobörse Krypto.com ist geplatzt. Damit entging der UEFA laut Sportbusiness einer der größten Sponsoren Partnerschaften der Geschichte. Denn Krypto.com hätte stolze 495 Millionen US-Dollar für einen 5-jährigen Vertrag mit dem Fußballverband gezahlt. Im Gegensatz dazu sollte Krypto.com die vom russischen Gasproduzenten Gazprom hinterlassene Werbefläche füllen. Die Gründe für den späten Absprung vom Deal seitens Krypto.com sind bisher nicht bekannt. Zuletzt entgingen der Börse jedoch wegen der Lage am Kryptomarkt wichtige Einnahmen. Auch ist sie wegen ihren enormen Marketingausgaben immer wieder ins Zentrum der Kritik geraten. Eigentlich sponsert die Kryptobörse auch die im November stattfindende FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Doch auch dieser Deal scheint jetzt aktuell mehr als fraglich, so die Experten. Wir bleiben direkt mal bei der FIFA, denn hier gibt es definitiv positive Nachrichten zu vermelden. Im Gegensatz zur UEFA. Der Weltfußballverband lanciert im Vorfeld der Weltmeisterschaft nämlich eine neue NFT-Sammelplattform. Die neue Plattform wird auf Algorank lanciert und setzt die bestehende Partnerschaft zwischen den beiden Parteien fort. Die Plattform wird FIFA Plus Collect heißen und einen ähnlichen Ansatz verfolgen, wie wir es bei Top Shot aus der NBA, NFL und der UFC bereits kennen. Wer dazu noch keine Vorstellung hat, gerne einmal mein YouTube-Video zu NFL All Day oder NBA Top Shot abchecken. Das verlinke ich euch gleich mal in den Shownotes. Gerne da einmal vorbeischauen, Like, Abo da lassen. Würde mich natürlich auch freuen. Dementsprechend scheint es auch bei FIFA Plus Collect so zu sein, dass die FIFA große Spielmomente nutzt und sie mit Kunst und Bildmaterial kombiniert. Die Plattform soll im September auf den Markt kommen und erschwinglich, inklusiv und für alle Fußballfans zugänglich sein, heißt es in der Pressemitteilung. Bevor wir uns erstmalig diese Woche Bitcoin und Co. anschauen, gibt es noch eine News zu Hermes. Das Unternehmen legt nämlich den Grundstein für den Einstieg in das Web3, nachdem eine Markenanmeldung eingereicht wurde, die NFTs, Kryptowährungen und das Metaverse abdeckt. Laut einer am 26. August beim United States Patent and Trademark Office eingereichteten Anmeldung umfasst die Marken herunterladbare Software zum Anzeigen, Speichern und Verwalten virtueller Güter, digitaler Sammlerstücke, Kryptowährungen und NFTs zur Verwendung in Online-Welten. Hermes hat auch Marken für Handelsdienstleistungen mit virtuellen Waren sowie Mode- und Handelsmessen in virtuellen oder gemischten Online-Realitätsumgebungen für die Bereitstellung eines Online-Marktplatzes für Käufer und Verkäufer virtuellen Waren angemeldet. Damit wechseln wir diese Woche erstmalig die Kategorie und schauen uns natürlich die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Wer mein YouTube-Video am gestrigen Tag verfolgt hat, wo wir uns ja wöchentlich noch einmal mit den wichtigsten NFT-Krypto-Metaverse-News beschäftigen, diese kurz und kompakt nochmal zusammenfassen und auch mitbekommen hat, wie sich die Kryptowährungen in den letzten sieben Tagen verhalten haben, der wird ja festgestellt haben, dass der Bitcoin am Wochenende sich sehr stark seitwärts bewegt hat, wie die ganze letzte Woche und er doch ein leichtes Down-Alzen-Aberlebt hat. Weiterhin sind wir am gestrigen Tag unter den 20.000 Euro geblieben, sodass der Bitcoin aktuell bei 19.800 Euro liegt. Wenn wir uns das Ganze bei ETH anschauen, ETH weiterhin in den letzten sieben Tagen, wie gesagt, wie ich es im Video hatte, plus 3,4% alle anderen Kryptowährungen, bis auf Cardano, die ein Plus von 10% aufweisen. Auch hier scheint ja ein Update zu kommen, diesen September, deswegen extrem Bullish auch hier die vorherigen Podcast-Folgen einmal abchecken, da habe ich das nochmal ausführlich erklärt, um auf ETH zurückzukommen. ETH am gestrigen Tag auch nur eine Seitwärtsbewegung festzustellen, anfänglich 1.560 Euro gestartet, mal hier und da plus minus 20 Euro, letztendlich dann aber weiterhin der Kurs bei 1.560 Euro. Wie gesagt, die anderen Kryptokurse, keine große Veränderungen, bis auf eben genannt Cardano, ansonsten Solana plus 0,13% BNB minus 0,09%, also alles nichts erwähnenswert. Wenn wir uns andere Kryptowährungen anschauen, VeChain plus 2% nochmal erwähnenswert und eben genannt ja Algorand, auch plus 2% scheint die Nachricht auf jeden Fall positiv gewesen zu sein. Der ApeCoin auf Platz 37 der gerankten Kryptowährungen mit einem Minus von 0,43%, damit der aktuelle Kurs bei 4,77 Euro. Damit wechseln wir natürlich direkt mal zu unserer nächsten Kategorie und das sind natürlich unsere NFT-News. Starten wir die NFT-News mit Ticketmaster, denn das in den USA führende Sport-Ticket-Service-Unternehmen stellte jetzt sein neues NFT-Programm öffentlich vor. Dabei soll eine neue Plattform in Zusammenarbeit mit Flow ein auf NFTs spezialisierten Blockchain entstehen. Unter anderem große Sport-Ligen wie die NBA oder NFL können nun in Partnerschaft mit Ticketmaster NFTs vor, während oder nach Live-Events ausstellen. In den letzten Wochen hatte ich euch ja schon bereits von der geplanten Ausgabe von NFTs an die Besucher von 100 ausgewählten Spielen bei der NFL berichtet. Laut der veröffentlichten Pressemitteilung hat Ticketmaster sich zum Ziel gesetzt, das Angebot auf der neuen Plattform auszubauen, sodass nach und nach immer mehr Veranstaltungen Zugang zu der neuen Innovation und Plattform bekommen. Das Social-Media-Unternehmen Twitter hat in einem überraschenden Schritt die offiziellen Twitter-Konten von D-Gods und Mitgliedern des breiteren Teams gesperrt. Die Suspendierung war natürlich ein massiver Schock für die D-Gods NFT-Community, die aktiv dann versucht hat herauszufinden, was denn da passiert ist. Es scheint jedoch derzeit unklar, warum die Social-Media-Konten des D-Gods und weiteren behandelten und begleiteten Projekten diese harte Behandlung erhalten. In einem Tweet teilte Ed Frank D-Gods, ein Mitglied des NFT-Teams, aber folgendes mit. Alle Twitter-Konten unseres Teams wurden gerade gesperrt. Ich bin mir nicht sicher, ob meiner es auch sein wird. Habt einfach Geduld. Wir kontaktieren gerade Twitter. Das könnte ein Angriff sein. Klicken Sie auf keine Links. In den kommenden Tagen wird es natürlich spannend sein, wenn der Twitter-Support entscheidet, ob die D-Gods-Sperre aufrechterhalten bleibt oder die Sperre aufgehoben wird. Vor allem wird es auch interessant sein, warum das Ganze passiert ist. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Kann natürlich sein, dass wenn ihr diese Aufnahme hört, das Ganze schon geklärt ist. Aber auf jeden Fall nice to know, sollten wir einen Blick drauf haben. Vor Monaten freuten sich NFT-Liebhaber, als die offiziellen britischen Musikcharts begannen, NFT-Verkäufe als Teil der Chartdaten aufzunehmen. Für die Albenchart signalisierte das natürlich einen wichtigen Wendepunkt für die Akzeptanz von NFTs. Dazu hatte ich euch ja auch vor ein paar Wochen von dem NFT-Drop der Band Muse berichtet. Jetzt in einem weiteren geschichtsträchtigen Ereignis ist Muse's Album Will of the People auf den besten Weg, das erste britische Album mit NFT-Veröffentlichungen zu werden, das sich die Nummer 1 Position in den Chart sichert. Das Album hatte weltweit nur 1000 NFTs und die Token, die auf der NFT-Plattform geprägt wurden, enthielten eine herunterladbare Version des Albums und zusätzlich alle Unterschriften der Bandmitglieder. Jetzt da NFTs in den Charts aufgenommen werden, ist die Rede davon, dass sie das nächste große Musikveröffentlichungsformat werden, so wie Kassetten, CDs und sogar Minidisc, DCC und DUT in die Charts aufgenommen wurden, werden wir auch NFTs begrüßen, sagte Martin Talbot, Chief Exuted der offiziellen Chartsgesellschaft. Bevor wir auch erstmalig diese Woche auf OpenSea wechseln und uns dort die Floorpreise anschauen, noch eine letzte Nachricht für euch. Der Telekommunikationsrese LGU Plus wird nächsten Monat eine neue Reihe von NFTs auf den Markt bringen. Die neue Kollektion wird Mono enthalten, bei denen es sich um Octopus-ähnliche animierte Charaktere handelt. Das Unternehmen brachte seine erste Kollektion von Mono-NFTs bereits im Mai 2022 diesen Jahres auf den Markt, wo die Kollektion auf OpenSea veröffentlicht wurde und diese direkt ein großer Erfolg wurde. Innerhalb von nur zwei Sekunden hieß es damals Sold Out. Die zweite Mono-NFT-Sammlung wird nun 1000 Token enthalten, wobei 100 Token für Marketingzwecken zurückgehalten werden und die restlichen 900 dann für den freien Verkauf zur Verfügung stehen. Wer sich für dieses Projekt interessiert, dem sei gesagt, dass der Verkauf der neuen NFT-Kollektion schon für heute, also für heute den 5. September geplant ist. Ihr merkt, es ist durchaus wichtig, diesen Podcast zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Natürlich kleiner Scherz an dieser Stelle, aber mich würde es natürlich freuen, wenn ihr das Ganze hier einmal positiv bewerten würdet und natürlich ein Abo dalasst. Vielen, vielen Dank. Damit würde ich sagen, genug drum geredet. Wir wechseln jetzt diese Woche erstmalig zu OpenSea und schauen uns dort die aktuellen Floorpreise an. Auf Platz 1 haben wir das Projekt Tyx mit einem Volumen von 455 Eves und einem Floorpreis von 3 Eves. Also wir sehen hier Tyx, ein Projekt, was wir auch noch nicht hatten. Ethereum Name Service am gestrigen Tag, dann mal wieder auf Platz 2, auch schon lange nicht mehr hier gehabt. Natürlich ein kleiner Hype, der jetzt hier weggegangen ist, aber wie ich ja auch immer sage, dieser Hype wird auch wieder zurückkommen. Wir haben die D-Gods eben erwähnt, die Nachricht darum mit den Twitter-Sperrungen mit einem Floorpreis von 748 Solana. Nicht zu verwechseln mit Yves, 748 Solana. Da hatten wir ja den aktuellen Kurs so um die 30 bis 32 Euro und das Volumen beträgt 14.000 Solana am gestrigen Tag. Azadid weiterhin bei einem Floor von 1,80. Auch dazu gerne mein YouTube-Video zu gestern abchecken. Genauso wie auf Platz 8 Artefakt Clone X gab es hier letzte Woche riesen Announcements. Ich habe euch den Trailer von Azadid, den neuen Trailer, in das YouTube-Video reingeschaut. Mega, mega geil, wenn ihr mich fragt. Schaut es euch gerne an. Wie gesagt, gerne den YouTube-Kanal abchecken. Das neue Video von gestern mit den Wochenrückblick-News. Azadid-Artefakt, ich sage euch nur, da lohnt sich definitiv der Blick. Die Bored Apes mit einem Floorpreis von 77 E's. Die Potatoes mal wieder gestiegen vom Floorpreis 1,75. Mal schauen, ob es hier Neuigkeiten gab. Auf jeden Fall mal abchecken. Die Clone X mit einem Floor von 6,38. Die Gigi Daigaku Spirits bei einem Floor von 4,44. Okay, dann schauen wir uns hier mal weitere Projekte an. Cyber Kongs bei 19 E's. Auch die Pachi Penguins halten sich weiter bei 3,5. Sehr, sehr, sehr stabil, wenn ihr mich fragt. Cyber Kong Babies bei 2,16 E's. Und hier haben wir natürlich jetzt die Gigi Daigaku Genesis-Kollektion. Nach dem Floorpreis von 13 bis 14 E's, die wir ja letzte Woche immer hatten, haben wir jetzt hier den Floor bei 9,6. Aber weiterhin stabil die Mutants bei 13,4. Und wenn wir uns da natürlich jetzt hier nur die anderen Projekte anschauen, haben wir auf Platz 99 Wolf Game. Aktueller Floor hier bei 0,84. Um Platz 100 die Duplikatoren von den Doodles unter 1 E's. Aktuell der Floor hier bei 0,97. Damit war es das für diesen ersten Tag. Neuer Start in die Woche, nachdem wir die letzte Woche erfolgreich abgeschlossen haben. Für alle hier nochmal zur Erinnerung. Aktuell ist der Whitelist Mint ausgelaufen. Der ist vorbei. Die 77 Stunden waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Der All-In-NFT-Genesis-Collection, also meinem eigenen NFT-Projekt, vorbei. Sodass jetzt der Public Mint am Start ist. Das heißt, solltet ihr nicht auf der Whitelist gestanden haben, habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch auch noch hier einen NFT zu sichern. Links dazu auch in den Shownotes. Gerne einmal abchecken. Wie gesagt, ist an dieser Stelle kein Lage, Anlage oder Finanzberatung. Das ist dieser ganze Podcast nicht. Das dient der Unterhaltung. Aber wie gesagt, mein eigenes NFT-Projekt könnt ihr da gerne einmal abchecken. Damit war es das natürlich auch für heute. Wir verabschieden uns. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns morgen wieder hören, wenn es heißt All-In-NFT. Ein abschließender Hinweis. Die im Podcast besprochenen Themen stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.